Ja, auch am Koori gibt es immer mal wieder ganz gute Spots, wo man auf Brasse gehen kann. Schön auf Masse, auf die olle Brasse. Und wie und wo und was du alles benötigst, zeige ich dir. Ja, Kelly hat gestern im Livestream gepostet, dass er hier auf Brasse steht am Koori und dass es ganz gut funktioniert und ich bin einfach mal hier hin zum Spot und habe mir gedacht, komm, probier mal aus, was kann man denn machen? Kriegt man hier vielleicht ein paar schöne Brocken raus? Teste doch einfach mal sämtliche Köder und Kombinationen, die es so ganz klassisch gibt. Bedeutet also, ich bin jetzt seit circa 18 Uhr in den Abendstunden hier und probiere jetzt schon mal aus, welcher Köder am ehesten angenommen wird. Das ist auch immer wieder wichtig, wenn man selbst mal auf die Suche geht nach der Brasse, zum Beispiel auch an der alten Festung, dann muss man eben früh da sein. Also früh in den Abendstunden, damit man in der Zeit, wo es dann wirklich dunkel ist, wo die Brasse richtig aktiv ist, dass man da eben schon genau weiß, welcher Köder funktioniert am besten. Auch dazu zur alten Festung gibt es schon verschiedene Videos. Ich verlinke noch mal eins, da geht es zum Brassenangeln, aber wie? Also alle Basics, alle Spots eben auch noch mal für die alte Festung und hier am Kuori ballern die halt auch immer wieder rein und hier lohnt sich das eben auch immer mal wieder, genauso wie zwischendurch auch mal am Windenbach. Also auch da gibt es immer mal wieder Spots, wo das ganz gut abgeht. Wir brauchen jetzt natürlich gleich hier die Brassen in der großen Größe mit der anderen Färbung. Das ist jetzt das A und O und deswegen teste ich jetzt erstmal, ja, welches Futter wird dann angenommen? Wo drauf gehen denn jetzt schon mal die Jungbrassen? Wo drauf haben die am meisten Bock? Und da muss ich sagen, momentan vom Test her fällt jetzt fast hier der Knoblauchteig raus und am ehesten sind wir beim Erbsenbrei, ein Klassiker und beim Perlengraubenbrei und der Perlengraubenbrei ist auch einer, der ganz am Anfang schon eigentlich mit der erste Teigköder ist, den man herstellen kann. Gucken wir uns gleich nochmal eben an. Also momentan vom Ranking würde ich sagen, so, ganz weit vorne, ganz normal hier Perlengraubenbrei, also das würde ich sagen, hoppala, nee, machen wir mal eben hier auf die Teile. Das läuft richtig gut, kann man richtig gut verwenden, also so als Einstiegsköder durchaus eine Option. Zweiter Einstiegsköder, den teste ich gerade jetzt. So, da haben wir auch schon ein Ergebnis. Da kann natürlich jetzt so einiges drauf gehen, ist der Mistwurm. Mistwurm, auch ein absoluter Klassiker, hat vor Jahren auch schon immer ganz gut funktioniert. Also muss man auf jeden Fall immer mal mittesten, ob das so gut geht. Also von daher, erster Auswurf jetzt, eine kleine Brasse, gucken wir mal, ob da noch weiter was funktioniert, ob da noch mehr einsteigt. Ja, und jetzt ist natürlich wichtig, dass wir hier gleich in Richtung Abendstunden nochmal eine gute Frequenz hinkriegen. Ich stehe hier auf einem Map in dieser Runde. Also das ist hier quasi der letzte kleine Strandabschnitt, bevor es dann da drüben in Richtung Campingplatz geht. Und hier dann auf 13 Meter geklippt gerade. Und dann gucken wir mal, wie das gleich hier aussieht in der Nacht. Einserhaken habe ich gerade erst nur verwendet. 900 Gramm, ja, passt. Einserhaken. Und Futtermische ist natürlich das A und O. Brassenangeln ohne Futtermische, keine gute Idee. Wenn ein Fisch Futter braucht, dann die Brasse. Wir nehmen das Futter auch die ganze Zeit nicht runter. Wir überfüttern theoretisch die ganze Zeit. Also eine halbe Stunde in der Nacht wird einfach komplett dauerbefüttert. Und trotz allem frisst die Brasse einfach alles weg. Ich gucke gerade nochmal eben in den Kescher rein. Hier war gerade eine größere schon mit dabei. So sollen sie dann aussehen. Hier auf Erbsenbrei. Also diese Färbung wollen wir haben. Und am besten dann in richtig schön dick und fett. 2-3 Kilo. Dann lohnt sich das eben auch so richtig. Ja, das ist natürlich jetzt ganz klar. Für die Abendstunden ist das durchaus realistisch, dass es eben so aussieht. Die können wir dann später ab 500 Gramm alle schön zu Fischfetzen verarbeiten. Lohnt sich also auch noch. Kriegen wir also noch einen hochwertigeren Köder draus. Grundsätzlich müssen wir halt sagen, Futter, Futter, Futter. Das sollte man schon skillen. Eigentlich sollte man das auch schon skillen, bevor man hier zum Koori kommt. Also im Idealfall vor Level 12 skillt man schon Futter. Wenn du dir die Tutorial-Serie angeschaut hast, 2023, auch die verlinke ich nochmal. Da wird alles Stück für Stück erklärt. Wie startest du ins Game? Über den Moskitosee, über den Windenbach, zur alten Festung. Wann skillt man was und so weiter. Also alle wichtigen Infos kriegst du da drin. Und dann skillst du natürlich im, ja ich sag mal unter Level 12 eigentlich schon, die Futter-Mische. Oha, das ist glaube ich jetzt hier kein, keine Brasse auf dem Mistwurm. Vielleicht nochmal einen Schuppi oder so. Nehmen wir mal hart in die Bremse. So, und richtig schön nach oben. Oh, der hat Bock. Der hat Bock. So, jetzt hat er sich zu mir gedreht. Ei, 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 ei. Tatsache. Das ist ja krass. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Macht auch Bock. Zwischendurch mal so einen Schuppenkarpfen beim Brassenangeln auf feinem Setup. Sehr schön. 5,8 Kilo. Boah, okay. So eine Brasse würde ich aber auch mitnehmen. Das wäre schon was, ey. So, Bremse wieder ein bisschen runter. Und direkt wieder raus. Und dann gucken wir uns gleich nochmal eben das Futter an und was wir benötigen. Denn jetzt müssen wir auch schon langsam Gas geben. Es wird langsam dunkel. Und jetzt heißt es, jetzt muss es losgehen. Jetzt müssen die dicken Brocken kommen. So, schnell ins Futter reingucken. Dafür drücken wir, oh, gucken wir mal eben kurz hier in die Angelfutterzubereitung. Und da brauchen wir, also, klar, natürlich auch Skillpunkte. Die müssen natürlich auch rein. Aber wir müssen natürlich auch hier genug Prozente oben haben, um hier hinzukommen. Das ist wichtig. Wir brauchen die Komponenten der Stufe 3. Das kriegt man ratzfatz hin. Das dauert wirklich nicht lange, ein paar Skillpunkte eben zu machen, ein paar Prozente zu machen, wenn man eben die ersten paar Futtersorten herstellt. Das heißt, du drückst einfach hier auf N, gehst auf Futtermischung und stellst dann hier unten die Standard-Futtermischen her. Es geht halt los mit Rotaugen oder mit Giebel und Karauschen. Davon stellst du einfach die ersten her. Lagerst die auch einfach in den Taschen. Kann man einfach herstellen. Wird man eh am Anfang immer wieder verbrauchen. Und dann bist du auch ratzfatz schon auf Stufe 3. Und kannst dann eben hier die Standard-Brassen-Futtermische herstellen. Fliegenmade, Hirsebrei, genau Perlgraupen-Basis. Deswegen klappt ja auch Perlgraupe als Köder so gut. Und dann nehmen wir hier mit dem Anisöl. Das ist dann Stufe 3 eben hergestellt und haben dann eben hier die Bällchen. Ganz wichtig, wie gesagt, die Skill-Punkte reinballern. Fünf Skill-Punkte, damit wir hier eine Qualität haben von 9 von 10 oder 10 von 10. Also das ist dann die höchste Qualität, die wir herstellen können. Und die raus dann damit. Also wir wollen halt hier kein 0815 schlechte Qualitätsfutter haben. Wenn wir doch hier schon stehen und es so schwierig ist, hier die Fische rauszuziehen. Dann wollen wir natürlich auch alles versuchen, damit wir hier möglichst gute Fische landen. So, jetzt ist die große Frage. Es ist langsam Nacht. Wie kriegen wir massiv die Brassen? Bisher muss ich sagen, am schlechtesten abgeschnitten von allen Ködern Quarkteig. Obwohl ich den, glaube ich, gleich nochmal drauf werfe. Das ist doch schon mal ganz gut. Ich glaube, das beste Ergebnis tatsächlich der Erbsenbrei. Ja, 2,2 auf Erbsenbrei. Also theoretisch jetzt sofort hierhin nur auf Erbsenbrei testen. Mistwurm nehme ich auch nochmal runter. War mir jetzt zu wenig. Perlgraupe, muss ich sagen, zu viel Beifang. Zweite Mal auch schon Schuppenkarpfen. Quarkteig muss ich nochmal testen. Und bei Quarkteig, ja gut, Quarkteig kann man erst ab Stufe 16 herstellen. Den Quark können wir kaufen. Da hinten an der kleinen beleuchteten Hütte. Oder ist es die hier? Ich glaube, es ist die hier. Da gibt es die Molkerei. Und da gibt es dann auch den Quark für den Quarkteig. Ja, und jetzt, wie gesagt, muss es in der Nacht eigentlich losgehen mit diesen Brassen. Wir wollen jetzt hier schön auf Masse diese Brasse. Das ist das A und O. Denn dann lohnt sich das auch Cash-mäßig. Plus es lohnt sich natürlich auch Skill-Punkte-mäßig. In den Grundangelskills können wir hier richtig Gas geben. Und das ist natürlich jetzt die Frage, welcher Köder liefert. Wenn ich jetzt gerade nur den einen hier drauf habe, ist natürlich klar, es bimmelt nicht so viel, wie, ja, dreimal den Idealköder gefunden zu haben. Das heißt, im schlimmsten Fall läuft es dann erst in der nächsten Nacht so richtig. Oder du nutzt jetzt einfach meine Testphase hier aus und verwendest gleich einfach den besten Köder. Ja, Quarkteig auch immer noch nichts. Ja, leichtes Gezuppel. Auch nochmal auf Quark. Wenn Quark jetzt gleich wieder nur eine Jungbrasse liefert, dann ist Quark auf jeden Fall raus für diese Phase. Knoblauch hat auch nicht so viel geliefert. Auch das teste ich am besten jetzt nochmal eben in der Nacht. Perlgraupe nochmal runtertauschen zu Knoblauch. Theoretisch könnte ich auch Honigteig nochmal testen. Passiert auch immer mal wieder, dass die Brasse auf süß geht. Andererseits, wenn hier auch schon die Schuppenkarpfen sind, ist das auch nicht so abwegig, dass die Brasse, ja, oder dass dann der Schuppenkarpfen dann da ist. Aber nach wie vor, ja, nach wie vor bestes Ergebnis, glaube ich, hier echt auf dem Erbsenbrei. Das wäre, glaube ich, Küder 1. Zack, direkt wieder raus. Und direkt aber auch Angriff hier auf dem, na guck, doch auf dem Knoblauch. War der vielleicht am Tag irgendwie nur nicht so ergiebig. 2 Kilo, nicht schlecht. Knoblauch und Erbs in der Nacht. Und hier auf dem Quarkteig. Ja, Quarkteig, wie gesagt, leider, leider gar nichts. Zu wenig Reaktion drauf. Nehme ich auch direkt wieder raus. Bei der Brasse muss es einfach direkt ballern. Non-stop. Setup-mäßig übrigens, wenn ihr mit dem Setup unterwegs seid, so was wie ein Feeder-Set-Start, mit einem kleinen, feinen Vorfach, seid ihr genau richtig unterwegs. Alles richtig gemacht, voll okay. Na klar, habt ihr da ein bisschen Action. Irgendwann mit der Zeit einfach mal ein bisschen mehr Schnur kaufen, dass ihr mehr Meter Schnur habt auf eurem Setup. Maximal würde ich so mit ungefähr um die 9 Kilo reingehen. Brasse ist eher scheu. Also da nicht zu dick reingehen und denken, boah, geil, aller, ich kann jetzt hier mit 15, 20 Kilo reingehen, weil meine Route und meine Rolle das aushält. Lieber fein reingehen. Mein Setup hier würde auch deutlich mehr aushalten. Also runtergehen auf einfaches Setup, so um die 9, vielleicht sogar eher um 7 Kilo herum. Und damit ist man dann eigentlich noch besser beschäftigt und noch besser zugange. Hier an Kuori wäre auch durchaus noch mal eine Überlegung wert, hier vielleicht doch mit Fluorocarbon reinzugehen, weil Fluorocarbon eben so transparent ist. Und wir haben hier eben ein super klares Wasser. Im Vergleich zur alten Festung halt ein riesen Unterschied. Alte Festung ist da dann doch deutlich schlammiger. Also auch das wäre durchaus eine Option. Hier wie gesagt dann mit Fluorocarbon einfach reinzugehen, statt mit geflochtenem Vorfachsmaterial. Können die meisten eh wahrscheinlich eher machen als, oder verwenden als eben das geflochtene Vorfachsmaterial. Also vom Ergebnis im Moment. Machen wir mal eben kurz ein Ranking. Und ich glaube, dann haben wir es auch schon. Ranking. Ich würde am ehesten zur Zeit, gucken wir mal eben kurz bei den Naturküdern, am ehesten zur Zeit, bester Küder ist Erbsenbrei. Direkt, glaube ich, gefolgt dann doch wieder noch vom Honigteig, vom Perlgraupenbrei. Also das sind so die drei, die, glaube ich, mit am ehesten funktionieren. Alles andere ist auch eine Möglichkeit, mal mit dem Honigteig testen, eher aber noch mit dem Quarkteig. Ja, durchaus eine Option. Oder dann, wie gesagt, auch hier natürlich mit dem Mistwurm, dem absoluten Klassiker auch. Ja, kann man testen. Aber wie gesagt, die Teige am Anfang, die drei, das ist so das A und O. Und ich glaube, die liefern auch am ehesten. Futtermische auf jeden Fall reinballern, konstant. Und dann gucken, was so geht. Jetzt haben wir hier gerade auch noch Wetterwechsel. Mal gucken, ob sich das jetzt wieder auf die Köder auswirkt. Also auch das kann natürlich immer wieder unterschiedlich sein. Mit anderen Köder, andere Vorlieben, beziehungsweise mit anderem Wetter, andere Vorlieben der Fische. Also andere Köder dann wiederum testen. Ja, so viel dazu. Jetzt heißt es, durchziehen noch, weiter testen. Ich probiere auch noch ein bisschen weiter und hoffe, dass ich da vielleicht doch noch wieder jetzt auch bei Regenwetter noch einen anderen Köder rauskriege. Aber so ist es ganz okay. Kann man auf jeden Fall mitmachen. Wenn von vornherein mit dem richtigen Köder, dann ballert natürlich auch noch ein bisschen mehr rein. Ich glaube, hier der Test auf Knoblauch und auf Erbsenbrei. Das sind, glaube ich, jetzt hier für vornherein die besten Köder-Kombis. Ja, und dann hat man eben hier auch so ein bisschen den Nachteil am Koori. Ab 6 Uhr spätestens ist es hier wieder taghell. Und an der alten Festung ist es ja durchaus noch gut. fangbar. Also so 4, 5 Uhr müsste es hier, glaube ich, schon richtig hell sein. Und an der alten Festung geht es dann, glaube ich, erst so gegen 7 Uhr wird es dann langsam heller. Also man hat an der alten Festung längere Fangphasen für die Brasse. Aber hier dann die Möglichkeit, viele Fischfetzen herzustellen. So viel noch mal ganz kurz zur Brasse. Brasse am Koori. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri. Und dann sehen wir uns